Findest du auch häufig keine Zeit, die Bibel zu studieren? Weil sich viele Christen wünschen, die Bibel besser zu verstehen, aber keine Zeit haben, auf eine Bibelschule zu gehen, starten wir ab Oktober ein neues Online-Bibelkolleg. An einem Abend der Woche kannst du flexibel, alleine oder mit deiner Gemeinde zusammen an der Abendbibelschule teilnehmen. Alle weiteren Infos findest du auf unserer Website und ich würde mich richtig freuen, wenn du dabei bist.